und springe hier schon übrigens von meiner mom passt das okay also wegen wochenende das geht ja ja wenn du dich jetzt gleich hinlegen kann hallo ja das ist viel wert ha 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 ich brauche das wert ja ohne spaß das hält glaube ich noch einen schlag aus da habe ich ein bisschen aber in dem riss glaube ich sind noch rohstoffe du so jetzt kann ich hier endlich mal okay jetzt kann ich so und dann kann ich noch das dann kann ich noch das da ist das alles umständlich ich weiß nicht wie ich hier weiterbauen soll was ich hier bauen soll wie ich hier bauen könnte nein ich bin jetzt noch näher gekommen ja ich weiß es echt nicht so weitermachen also da quasi so hier noch nach vorne bauen oder nicht enderman komm raus aus meinem scheißhaus ganz ehrlich drecksvieh ja auf jeden fall werde ich das wohl tun und wenn nicht dann tue ich das sogar noch anders so und dann so und dann so ich freue mich auf die er mit vip ticket und shuttle service auf die ja wie geil ist das bitte und sonntag übrigens nicht nur dass du bescheid ja ja weißt du alter ist das geile ohne spaß du darfst dich einfach überall vordrängeln ja ne ist ja so das ist genauso geil wie bettel viel drei premium warte schlagen ja echt mal alter das ist so aus wie macht man ein harnisch noch mal ich bin so dumm doch okay bin ich nicht so wie baue ich das jetzt ich baue das jetzt am geschicktesten ich baue das tatsächlich so gut zu wissen was man trinkt okay ich mache mir noch ein paar spitzhacken und dann geht's weiter ich glaube ich habe das stein geklaut übrigens was hat eben als von deinem zeug so dann erst noch mal kurz was essen okay okay äh ich gehe wieder strippin moin ja ich brauche noch 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 eine hose frag doch deine mom grad wegen hier dings dann kann ich da schon wochenende und so hier wäre das okay wenn ich am wochenende bei meinem vater mit dem moment ja freitag also jetzt von oder jetzt halt von donnerstag und heute ja aber das ist ja weil halt weil nenni moinett schule und dann halt so ne du kriegst meine hilfe ja dann dann ab freitag ok ja mhm ja natürlich ja sieht das was aussieht das was aussieht wenn man da so batsch so dran ist ja okay ja tschau mal ja wohl freitag ok ich mag fledern weiße nicht ja geil dann 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 wird das ein schönes wochenende wieder machen oh ja da muss ich nur bis dahin gesund sein oh das krieg ich hin oh ich bin auch noch nicht gesund also aber ich gebe mir ganz viel mühe dabei oh ich verkack schon wieder das glas bauen glas bauen konnte man glas nicht eigentlich mal auch wieder so abbauen irgendwie was konnte man es nicht ich weiß es nicht keine ahnung davon hast du mir schon mal erzählt aber ich habe ja ich meine kronky oder so ja kronky 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 auch kronky 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 nach außen ob er ist dort akrikannte ich hab Angst und gut um 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 ein Götter hier geht das Zeug drauf wie nicht mehr normal könnte ich eigentlich ein Turm Alter ohne Spaß das ist so geil wie groß dieser Riss einfach ist das ist Porno und Pono und ich bin jetzt dabei den mal auszuleuchten dass hier irgendwann vielleicht keine Sachen mehr sparen oder so was ich halt auch geiler fänden okay das sieht schon mal gar nicht verkehrt aus hier jetzt hab ich nur nicht mehr so viel Holz das ist irgendwie ein Nachteil ach nur ein bisschen ja man äh wirklich nicht mehr viel das finde ich scheiße jetzt muss ich bald wieder Stein und Holz abbauen was ein Dragon ja okay ja Stein kannst du halt bald von mir haben ne ja stimmt dann müsstest du ja genug haben ja also vor allem ich benutze halt Stein eigentlich beim Bauen momentan nicht ach so das ist praktisch und gut zu wissen so jetzt kann ich hier erst nochmal Hirn ablagern und ne Kartoffel ach ja stimmt jetzt ist ja hier drin ja wenn du die anbaust und mir irgendwann mal eine gibst dann ist mir das egal warte ja ne ich bin jetzt hier grad mal beschäftigt das kann ich dann machen wenn ich mich darum kümmern kann ja oder weil du ja grad da bist kannst du eigentlich auch mal die Kühe poppen lassen wo bin ich denn gerade ich bin bei mir weiß ich doch nicht ja genau das ist doch in der Nähe von dem Kuh Ding da und von dem kleinen Weizen Plantasian 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 Oh yeah Okay jetzt muss ich erstmal Holz abbauen Juhu Yeeeey Arschbombe Errungenschaft gewonnen Arschbombe Mu mich net so schräg von der Seite an du scheißvieh da 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 das ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung Holz abzubauen yeah oh yeah bitch ah das ist so schön so schön was zu schritte da 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 macht es Spaß in deinem Riss hast du eigentlich noch mal jetzt irgendwas an deinem Heustelein weitergebaut was ich begutachten könnte äh eigentlich nicht nur okay boah hier ist ein mega Riesenbaum so bei mir niiice in der Höhle bei dir weißt du ja der besteht aus zwei Bäumen krass die ganze Scheiße hat da ich glaub meine Achse ist jetzt oder jetzt okay ich muss jetzt ein Wasserfall hochschwimmen okay sie ist jetzt im Arsch hab ich noch einen dabei nein ich hab natürlich doch ich hab noch ne Steinachse na gut bei sonst nix Wasserfall hochschwimmen, Wasserfall wieder runter es wird Nacht keine Ahnung ich weiß noch dass hier arg viel Kohle ist aber da ich jetzt mein Haus hermetisch abgeriegelt hab ist ja das egal ist kein bisschen mehr ob jetzt Nacht ist oder nicht weil da kommen jetzt keine Monstarts mehr rein cool jetzt hab ich ja langsam mal wieder aber was krass ist ich hab bisher nicht ein Diamanten oder Gold gefunden tja und ich bin jetzt eigentlich wirklich den Riss eigentlich schon also den Boden bin ich schon ab die Wände hab ich jetzt noch nicht so abgeguckt was da so alles ist aber was soll ich denn oh fuck alter hab ich mich erschreckt oh scheiß wie bin ich denn jetzt so weit von meinem alter Vater okay ich bin grad irgendwie komisch gelaufen na egal 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 alter hab ich mich grad erschreckt weil es ist ja ich glaub gar nicht verkehrt aus hier mein Haus weil ich denk mal es ist ja jetzt grade Nacht draußen bei dir so und rundetisch ne das ist das ja ja da hast du gesagt ja das könnte halt sein dass dann jetzt auch hier grad die Monster nochmal spork hm ja das könnte dir passieren so und so und scheiß Tom wie alt ob ich dich nicht sehen würde so und so und jetzt brauch ich bald schon wieder Kohle ach du scheiße äh Kohle ähm ok ne ich hab leider nur 48 Kohle tut mir leid die kannst du noch nicht abgeben gönne ja ne nur ein bisschen genau hier war ja noch ne Fackel gut zu wissen hab ich da noch eine klar da hab ich auch noch ne Fackel da hinten an der Ecke ne da nicht gut dann passt das hier auch na wohl da kann einer hin und dann hab ich immer noch 5 Fackeln hier das gibt's ja nicht das gibt's ja nicht so jetzt kann ich nicht mehr sprechen das ist